Ich erhalte viele Briefe, unterschrieben mit der schlechteste Mensch der Welt. Manchmal ist dieser schlechteste Mensch jemand, der älter wird und glaubt, sein Leben vergeudet zu haben. Manchmal ist es ein junges Mädchen mit Selbstmordgedanken, das um Hilfe ruft. Menschen, die derart hart mit sich ins Gericht gehen, findet man in jedem Alter, in sämtlichen Formen und Farben. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie keine liebevolle Güte für sich selbst empfinden. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, den ich schon sehr lange kenne. Mich hatte ihn stets für einen schüchternen, gutherzigen Menschen gehalten, der immer besonders viel Zeit für andere hat. Jetzt war er völlig niedergeschlagen und hielt sich für hoffnungslos schlecht. Ich wollte geistreich sein und fragte ihn, Nun glaubst du nicht auch, dass es auf dem ganzen Planeten wohl doch noch einen schlechteren Menschen gibt als dich? Er antwortete mit herzzerbrechender Ehrlichkeit Wenn du wirklich wissen willst, was ich fühle, niemand ist so schlecht wie ich. Ich musste an einen Cartoon von Gary Larson denken, den ich irgendwann gesehen hatte. Zwei Hausfrauen stehen hinter einem Fenster und spähen auf ein Monster vor ihrer Eingangstür. Eine der beiden sagte, beruhige dich, Edna. Ja, es ist ein riesiges, grauenhaftes Insekt, aber vielleicht ist es ein riesiges, grauenhaftes Insekt, das Hilfe braucht. Für viele von uns sind die schwierigsten Zeiten die, in denen wir uns selbst das Leben schwer machen. Doch es ist nie zu spät oder zu früh, Maitri, liebevolle Güte zu üben. Es ist, als hätten wir zwar eine tödliche Krankheit, könnten aber damit noch eine ganze Weile leben. Da wir nicht wissen, wie lange wir noch leben, kommt uns vielleicht der Gedanke, dass es ganz gut wäre, in den uns noch verbleibenden Stunden, Monaten oder Jahren mit uns selbst und anderen endlich Freundschaft zu schließen. Es heißt, dass wir unmöglich Erleuchtung, von Zufriedenheit und Freude ganz zu schweigen, erreichen können, ohne zu erkennen, wer wir sind und was wir tun, ohne unsere Muster und Gewohnheiten anzuschauen. Das nennt man Maitri, die Entwicklung einer liebevollen Güte für und bedingungslosen Freundschaft mit uns selbst. Manche Menschen verwechseln diesen Prozess mit Selbstverbesserung oder Selbstverwirklichung. Wir können so damit beschäftigt sein, gut zu uns selbst zu sein, dass wir den Wirkungen, die wir auf andere haben, keinerlei Aufmerksamkeit mehr widmen. Wir könnten irrtümlicherweise annehmen, Maitri sei ein Weg zu einem dauerhaften Glück, nach der Art, wie es die Werbung so verführerisch zu verkaufen versteht. Sie werden sich für den Rest ihres Lebens großartig fühlen. Aber wir klopfen uns nicht auf den Rücken und sagen, du bist der Größte oder keine Sorgeliebling, es wird alles gut. Stattdessen geht es um einen Prozess, in dem unsere Selbsttäuschung, so geschickt und mitfühlend bloßgelegt wird, dass uns keine Maske mehr bleibt, hinter der wir uns noch verstecken könnten. Was Maitri so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass wir nicht versuchen, ein Problem zu lösen. Wir kämpfen nicht um die Beseitigung von Schmerz oder darum, ein besserer Mensch zu werden. Tatsächlich geben wir jede Kontrolle auf und lassen Konzepte und Vorstellungen abfallen. Es beginnt mit der Erkenntnis, dass alles, was geschieht, weder Anfang noch Ende hat. Es ist die immer gleiche menschliche Erfahrung, die gewöhnliche Menschen seit jeher machen. Gedanken, Emotionen, Stimmungen und Erinnerungen kommen und gehen, wobei das grundlegende Jetzt ständig da ist. Für niemanden ist es je zu spät, den Geist anzuschauen. Wir können uns jederzeit hinsetzen und Raum für alles entstehen lassen. Manchmal sind wir von uns selbst schockiert, manchmal versuchen wir uns zu verstecken, manchmal überraschen wir uns selbst. Häufig werden wir davongetragen. Ohne zu urteilen, ohne den Vorlieben und Abneigungen zu folgen, können wir uns immer und immer wieder ermutigen, einfach hier zu sein. Wenn wir die Missbilligung wirklich ernst nehmen, wird es schmerzhaft, denn dann trainieren wir sie. Wenn wir die Strenge ernst nehmen, werden wir streng. Je mehr wir sie anwenden, desto stärker werden diese Qualitäten. Es ist ein Trauerspiel, wie perfekt wir uns irgendwann darauf verstehen, uns selbst und anderen Schmerzen zuzufügen. Der Trick liegt also darin, den Prozess umzukehren und stattdessen Freundlichkeit und Loslassen zu üben. Wir können lernen, allem, was geschieht, mit Neugier zu begegnen und nicht so ein großes Tamtam darum zu machen. Statt gegen die Verwirrung zu kämpfen, können wir ihr begegnen und uns entspannen. Wenn wir das tun, entdecken wir allmählich, dass Klarheit immer vorhanden ist. Inmitten des schrecklichsten Szenarios, des negativsten Selbstbildes, inmitten all unserer strengen Selbstverurteilungen, ist immer auch offener Raum vorhanden. Ständig tragen wir ein Selbstbild von uns herum, unser Bild in unserem Geist. Man kann es auch Kleingeistigkeit nennen. Ein anderes Wort dafür ist Sem. Die tibetische Sprache hat viele Begriffe für Geist, von denen zwei ganz besonders aussagekräftig sind, nämlich Sem und Rigpa. Sem ist das, was wir als diskursives Denken kennen, also ein Strom von Geschwätz, mit dem wir dauernd unser Selbstbild bestätigen. Rigpa bedeutet wörtlich Intelligenz oder Helligkeit. Hinter all unserem Planen und Sorgen, hinter allem Wünschen, Urteilen und Wählen, ist stets der ungekünstelte Weisheitsgeist von Rigpa vorhanden. Sobald wir aufhören, mit uns selbst zu sprechen, merken wir, dass Rigpa dauernd da ist. In Nepal bellen die Hunde die ganze Nacht. Aber etwa alle 20 Minuten hören sie plötzlich gleichzeitig auf. Eine Erfahrung von unglaublicher Erlösung und Stille. Dann bellen sie wieder weiter. So fühlt sich der kleine Geist Sem manchmal auch an. Wenn wir mit der Meditation beginnen, ist es, als hörten die Hunde niemals aufzubellen. Nach einer Weile gibt es dann diese Lücken. Die diskursiven Gedanken gleichen diesen wilden Hunden, die gezähmt werden müssen. Statt sie jedoch zu schlagen oder Steine nach ihnen zu werfen, zähmen wir sie durch Mitgefühl. Wieder und wieder betrachten wir sie mit Präzision und Freundlichkeit und erlauben ihnen, allmählich zur Ruhe zu kommen. Manchmal stellt sich dann tatsächlich ein Gefühl von viel mehr Raum ein. Nur gelegentlich japst hier und da noch ein Hund. Natürlich geht der Lärm irgendwann wieder los. Wir versuchen ja auch nicht, die Hunde loszuwerden. Aber haben wir erst einmal den Kontakt mit der offenen Weite von Rigpa hergestellt, beginnt sie, alles zu durchdringen. Haben wir erst einen Schimmer der offenen Weite gehabt, dehnt sie sich immer weiter aus. Vorausgesetzt, wir üben mit Maitri. Sie dehnt sich aus in unseren Groll. Sie dehnt sich aus in unsere Angst. Sie dehnt sich aus in unsere Konzepte und Meinungen über die Dinge und uns selbst. Gelegentlich haben wir vielleicht sogar das Gefühl, dass das Leben einem Traum gleicht. Als ich etwa zehn war, hatte meine beste Freundin immer wieder den folgenden Albtraum. Von schrecklichen Ungeheuern gehetzt, rannte sie durch ein riesiges, finsteres Gebäude. Sie erreichte eine Tür, bemühte sich verzweifelt, sie zu öffnen und hatte es eben geschafft, sie hinter sich zuzuschlagen, als sie hörte, wie die schnell näher kommenden Monster gegen die Tür schlugen und sie schließlich aufrissen. Um Hilfe schreiend wachte sie auf. Eines Tages saßen wir in der Küche und sprachen über ihre Albträume. Als ich sie fragte, wie die Ungeheuer denn aussäen, sagte sie, das wisse sie nicht, denn sie würde ja immer vor ihnen wegrennen. Nachdem ich diese Frage jedoch gestellt hatte, wurde sie selbst neugierig. Sie fragte sich, ob sie wohl wie Hexen aussäen und ob sie vielleicht Messer hätten. Als der Traum das nächste Mal kam und die Dämonen sie gerade zu verfolgen begannen, hörte sie auf zu rennen und drehte sich um. Es erforderte unglaublichen Mut und ihr Herz schlug zum Zerspringen, aber sie stellte sich mit dem Rücken zur Wand und schaute die Monster an. Augenblicklich blieben die Ungeheuer stehen und sprangen auf und nieder, aber keines kam näher. Insgesamt waren es fünf. Jedes sah ein bisschen wie ein Tier aus. Eines war ein großer grauer Bär, der aber statt seiner Klauen lange, rot lackierte Fingernägel hatte. Das nächste Monster hatte vier Augen, ein anderes eine Wunde auf der Backe. Als sie nun genau hinschaute, wirkten sie schon gar nicht mehr wie Monster, sondern glichen eher zweidimensionalen Zeichnungen aus einem Comic. Schließlich lösten sie sich langsam auf. Meine Freundin wachte auf und das war das Ende ihrer Albträume. Die Lehren sprechen über drei Arten des Erwachens. Erwachen aus dem Traum des gewöhnlichen Schlafs, Erwachen aus dem Traum des Lebens im Tod und Erwachen aus dem Traum der Verblendung in die volle Erleuchtung. In den Lehren heißt es, dass wir den Tod erfahren wie das Erwachen aus einem sehr langen Traum. Als ich das hörte, erinnerte ich mich an den Albtraum meiner Freundin. Augenblicklich durchfuhr mich der Gedanke, wenn dies alles tatsächlich ein Traum war, dann könnte ich ebenso gut versuchen, das, was mir Angst macht, anzuschauen, statt weiter davor zu fliehen. Ich habe es versucht und es war durchaus nicht immer leicht. Im Verlauf dieses Prozesses aber habe ich eine Menge über Meitri gelernt. Unsere persönlichen Dämonen erscheinen in den verschiedensten Verkleidungen. Wir erleben sie als Schande, als Eifersucht, als Versagen, als Wut. Sie sind all das, was uns so unangenehm ist, dass wir die Flucht ergreifen. Wir treten die große Flucht an. Wir handeln, sagen etwas, knallen die Tür zu, schlagen jemanden oder werfen eine Vase an die Wand. Alles, um uns nicht dem stellen zu müssen, was in unserem Herzen vorgeht. Oder wir unterdrücken die Gefühle und betäuben den Schmerz irgendwie. Man kann sein ganzes Leben mit der Flucht vor den Ungeheuern des Geistes zubringen. Auf der ganzen Welt sind Leute so von Hektik besessen, dass sie vergessen, sich an der Schönheit der Welt zu freuen. Wir gewöhnen uns so sehr an diese Eile, dass wir uns jeglicher Freude berauben. Ich habe einmal geträumt, ich würde ein Haus für den Besuch von Kandro Rinpoche vorbereiten. Ich lief hin und her, putzte und kochte. Plötzlich fuhr ihr Wagen vor und sie war da. Als ich auf Rinpoche zurannte, um sie zu begrüßen, fragte sie, hast du heute Morgen den Sonnenaufgang gesehen? Ich antwortete, nein, Rinpoche. Ich war viel zu beschäftigt für den Sonnenaufgang. Sie lachte und sagte, zu beschäftigt, um zu leben. Manchmal scheinen wir Dunkelheit und Hektik den Vorzug zu geben. Wir protestieren und beklagen uns und hegen unseren Groll tausend Jahre. Aber inmitten von Bitterkeit und Groll sehen wir einen Schimmer der Möglichkeit von Maitri. Wir hören ein Kind weinen oder riechen, dass jemand Brot backt. Wir spüren die Kühle der Luft oder erblicken den ersten Krokus des Frühlings. Trotz allem lockt uns die Schönheit in unserem eigenen Hinterhof aus unserer Finsternis hervor. Wir können unseren Widerstand gegen das Leben nur auflösen, wenn wir ihm ins Auge schauen. Wenn wir sauer sind, weil das Zimmer zu warm ist, können wir mit der Hitze Kontakt aufnehmen und ihr Feuer und ihre Schwere spüren. Sind wir sauer, weil es im Zimmer zu kalt ist, können wir der Kälte begegnen und das Eisige und seinen Biss spüren. Statt über den Regen zu klagen, können wir seine Nässe erleben. Wenn wir besorgt sind, weil der Wind an unseren Fenstern rüttelt, können wir ihm begegnen und seinem Klang lauschen. Die Erwartung, auf ein Heilmittel loszulassen, ist ein Geschenk, das wir uns selbst machen können. Es gibt kein Heilmittel gegen Hitze und Kälte. Sie werden uns ständig begegnen. Selbst wenn wir gestorben sind, gehen Ebbe und Flut weiter. Wie die Gezeiten, wie Tag und Nacht, so ist die Natur der Dinge. Die Fähigkeit, die Dinge zu schätzen, die Fähigkeit, genau hinzuschauen, die Bereitschaft, unseren Geist zu öffnen, das ist das Herz von Maitri. Traditionell kündigt sich ein dunkles Zeitalter dadurch an, dass Flüsse und Luft verschmutzt sind, Familien und Nationen im Krieg liegen und obdachlose Wanderer die Straßen bevölkern. Ein weiteres Zeichen ist, dass die Menschen von Selbstzweifeln vergiftete Feiglinge werden. Liebevolle Güte uns selbst gegenüber zu üben, scheint ein ebenso guter Anfang zur Erleuchtung der Dunkelheit schwieriger Zeiten zu sein, wie jeder andere. Von unserem Selbstbild besessen zu sein, ist wie Taubheit und Blindheit. Es ist, als würden wir mitten in einer weiten Blumenwiese stehen mit einem schwarzen Sack über unserem Kopf. Es ist, als würden wir an einem Baum voll singender Vögel vorbeikommen und rügen Ohrstöpsel. Groll und Widerstand gegen das Leben sind weit verbreitet. In allen Nationen grassieren sie wie eine unkontrollierbare Seuche, die die Atmosphäre der Welt vergiftet. Also sollten wir anfangen, dem ins Auge zu sehen und den Dreh der liebevollen Güte finden. Glocken 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 Untertitelung des ZDF, 2020